Dieses Wissen funktioniert sogar in den härtesten Fällen. Erzwingen Sie einfach den Durchbruch bei jeder noch so festgefahrenen Schuldenvergleichsverhandlung und reduzieren Sie Ihre verbleibenden Schulden im Idealfall auf 5% der Ursprungssumme. Und zwar durch und durch legal. Stellen Sie sich vor, 95% der Schulden, die Ihnen heute noch wie einen Mühlstein um den Hals liegen, können schon in ein paar Tagen komplett verschwunden sein. Wie gefällt Ihnen diese Vorstellung? Gut, warum zögern Sie dann noch? Holen Sie sich diese sagenhafte Insider-Depische und wenden Sie dieses einzigartige Wissen sofort an. Sie werden staunen, wie einfach es ist, sich vom schweren Joch hoher Schulden zu befreien, ohne dabei Krummetoren anwenden zu müssen. Im Gegenteil, die Methoden, die Sie in diesem Buch finden, und zwar nur in diesem Buch, stehen voll und ganz auf dem Boden bundesdeutscher Gesetzgebung. Sie haben sich vielfach in der Praxis bewährt. Hohe Schuldenvergleiche über dritte Personen sichert Ihnen zahlreiche Vorteile. Zuverlässigkeit Bewegen Sie sogar die Halsstärksten unter Ihren Gläubigern zu einem attraktiven Vergleich. Sicherheit Nutzen Sie psychologisch hochwirksame Strategien, die 99 von 100 Fällen greifen. Ersparnis Reduzieren Sie Ihre Verbindlichkeit um mindestens 3,4, sogar bis zu 95 Prozent, sind nachweislich drin. Exklusivität Profitieren Sie von einem Wissen, das die wenigsten haben und auf das auch Ihr Gläubiger nicht vorbereitet ist. Komfort Wenden Sie eine Methode an, die ohne großen Aufwand funktioniert und vieles mehr. Damit wir uns Recht verstehen, Sie sollen Ihre Gläubiger nicht übers Ohr hauen. Er hat ein Recht auf sein Geld. Aber Sie haben im Gegenzug ebenso ein Recht darauf, diese Schulden vorher so radikal wie möglich zu drücken. Lesen Sie diese Insider-Tippische und handeln Sie Vergleiche aus, die Ihnen im Moment noch wie Hirngespinste vorkommen mögen. Aber diese geradezu märchenhaften Quoten werden für Sie Realität. Ohne große Mühen. Kostenlose Informationen finden Sie auf der www.erfolgsonline.de Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher